Hey Mädchens! Du bist mutig und kreativ und lustig drauf ja? Wollen wir mal Frühstück gehen? Ich mach die beste Sucuk mit Ei, wo geht's? Nee, Entschuldigung, ich kenn sie doch gar nicht. Was ist denn das eigentlich für Komplimente? Das ist doch Kompliment! Ja, aber es macht keinen Sinn, weil du ein Fremder bist. Wie fremd? Kann ich dir einen helfen? Nein, können sie nicht einfach noch grömmen, ja? Bitch! Okay. Ich schlage das nächste Mal, ich schlage das nächste Mal, ich schlage das nächste Mal. Entschuldigung. So, es war Anwalt, ich wollte Anwalt einschlagen, weil ich meinen deutschen Pass für meine deutschen Papiere. Okay. Yes, 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 so ist Jula in Deutschland? Ja, ist mein Land. Wollen Sie jetzt was kaufen? Die ist nicht zu verkaufen, sorry, ich muss jetzt hier auch weiter arbeiten. Die ist nicht zu verkaufen, ich kann nicht zu verkaufen. Oh Gott, bitte, nein! Nein! Du wirst. Oh, fuck. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Was der f*** war das? Was der f*** war das? Nein! Hey, Sebi. Somebody. Baby, you from Grabham, der Start? Oh! 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 Da ist es in der Rakete! Da meldet sich der Billy Jörn zu Dienst. Ist er? Da ist er! Jut moin! Billy ist da. Entschuldigung. Ich habe gerade mein Handy geschrottet, okay? Das ist mir hingefallen. Kannst du das auf die Beine kriegen? Ich brauche das. Übrigens. Wann geht man zusammen Maiskolben fressen? Ich kenne da eine gute Ecke. Ist ja schon eine gute Zuckerschnurte. Jörn, hör auf damit. Wie du siehst, bin ich noch am Arbeiten. Aber später, wenn ich feiern und tippe, können wir es gerne machen. Ah, what the fuck? Na gut. Mach das richtig, dann mach ich dich richtig. Alright, now listen. So, was geht ab, Alter? Was geht ab? Danke fürs Zuschauen, danke, danke, danke. Und danke natürlich an DuSales, der hat uns einfach hier diese schöne Location einfach zur Verfügung gestellt. Das ist schein, Alter. Bester Mann. Phone X, weiter Schreiberplatz. Wenn ihr was braucht, Handy, Mandy, Schwendy, könnt ihr auf jeden Fall hier alles bekommen. Diagnose umsonst. Oh, 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 und es war auch dabei. Oh, oh, folgt euch auf Instagram. Und, äh, the friendly student ist in der Kamera. The friendly student. He's here, Alter. The friendly student. ARD Text im Auftrag von Funk